So Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Leech of Legends mit mir. Ja, nach der letzten Runde mit Yasuo, der war schrecklich. Der war kein Stück knicken. Das ist so ein richtiger Bob-Eloid, auf der ich festhänge. Das sind einfach nur Boards, nur Boards, nicht mehr, nicht weniger, einfach nur Boards. Ich hoffe, die Runde wird besser. Ich spiel mal Support. Ich hab keinen Plan, wieso ich Support spiele. Ich bin kein Support-Gott oder Meid oder sonstiges, aber ich fand mal so eine Idee. Ja gut, komm, just do it. Spiel Barat-Support. Und hier. Jetzt können wir wieder rumflitzen hier. Glockensammeln. Das ist Glockensammeln. Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen rein. Da Bart ja eigentlich schon tankiger Support ist. Ich war nicht wo wofür es sieht man halt so. Ich mach grad Bart fürs Teilen. Ich mach grad Bart fürs Teilen. Ich war so nebenbei. Ich werd so aufhören in der Runde. Ich hab dann lieber so Bart in der Larchance. Ich will da nur Auto tanken Alter. Schließ. Schließ. Oh da ist ja nicht gesessen. Fear me. Der Main Support am Start. Das ist gut. Ich höre nur meine Glocken auf. Mensch ist alles ok guys. Aber der Z hat mich wirklich. Hä? Der Z hat Alter. Oh das ist schon ein lustiger Champ. Du kannst einfach trollen. Auch wenn er nicht trollen. Nein. Gettel. Töte denn ein Loop Champ? Naja die fragt jetzt ja. Ist es ein Loop Champ? Oder ist es kein Loop Champ? Oh. Dieses Damage ist insane. Weil ich denke mir. Dieser. Klee. Der ist gar nicht so möglich wie alle Dinge. Der ist einfach nur. Naja. 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 Wofür? Doch nicht jetzt. Glocken sammeln. Glocken sammeln. Glocken. Oh Gott. Oh. Glocken. 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 der barb name ist hier gebt euch allen jetzt kommt hier der barb name au da haut ihr flashes raus, da glaubt kein schwein Applaus Das macht dann Die Lambe! rea Geht doch, geht doch, ist auch gar nicht so schlimm. Läuft das gerade zweimal? Ich brauch das Ding. Ich will das so, ich hab's. Oh f**k. Jetzt ist er wieder. Ich weiß nicht, ich hab's. Oh, Glöckchen. Perfekt für der Glocke. Kriege ich eigentlich. Ich frag mich mal, wenn man ein Stack-Game machen würde, wenn man irgendwelche Sticks mal mit dem Verwendlichen. 90 Mana für'n Heal! Ja, wahrscheinlich. Ich glaub gar nicht, deswegen will ich so schnell Mana. Die W- die, du kannst einfach viel mitmachen. Alter, Caitlyn! Ja. Ja, das ist doch die schon mal wieder mal drin. Egal, ich muss locken, ich muss dann nennen. Wie ist denn das? Die Scheiße ist denn der bitte? Holy moly. Ich muss alle Glocke sammeln. Ich brauch alle, es sind nur 3 Stück. Ich muss alle Glocke sammeln. 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 so genau da ich glaube da über um euch irgendwie bin ich über unterwegs aus der Oh Seriously Soundways reaching the microphone are changed into Good You don't need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased It can't happen Ooh, desert I'm trying to come, guys Oh Mine here So Get my Hindu close Get my Hindu close You're right Get your Hindu close Get my Hindu close You're right Headlines Oh, ich bin so bad, ich bin so bad. Äh, der Typ farmt und der rennt nebenbei, ja? Ich glaube, ich bin falsch gespielt. Das war aber wär's. Also, ich weiß nicht, ich würde mich auch verkacken. Ein bisschen Wasser ist da offen, tut gut. Ich muss schmips. Leute, wenn ihr, wenn ihr viel zockt, dann schaut immer, dass ihr viel Wasser trinkt. Ein bisschen, nicht süßes oder so. Wenn ihr noch etwas Wasser trinkt. Ohhhh! Oh god. Ohhhh! 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 Warte, 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 warte. Hat 100? aber irgendwie ist das nur so eine troll ulti ich... auch den und den 47 ich hab da Kiste davon Hauptsache ich bin irgendwie unter dem Level da oben da oben Leute ich spiel nur Glocken einsam ich kann alles von mir Tadaa oh aha aha geil das ist ja geiler der Park ist nicht geil oder so Das ist ein Dreck. Alles klar. Haha. Hier ist das Dreck. Schnell. Nein. Mitte, Karte, äh, ich bin, 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 also, was der ja so gemacht hat, hab ich nicht so verstanden. Hm. Oh, ja. Oh, genau, das ist das Item, dein, das ist für, also, was du, 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 du. Ich, du, 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 du. Der Schenglöckchen. Also, ich glaube, ihr werdet jetzt mehrmals Videos von Bart sehen, kriegen. Ich, das ist... 3 mknown mich auf die mega wns 1 2 4 4 3 4 Alle, die Leute sind los. So muss das sein. Jeeeeeeey. Tch. Oh, Gott. Jeeey. Hey. Mmmmm. Jeeey. Hm. Ich liebe euch. Ist lustig. Ist mein, naja, Mainer wie heute. Aber hier ist es schon irgendwie schlecht. Ich hab das gesehen. Ich hab das Wasser raus. Ich hab das vor. Ich hab das so zu dir gemacht. Ja, ich hab das einfach mal. HAAH! Oh, okay. Main. Geil. Meiner Meinung nach ist Bart einer von den zu wenig gespielten Champions, die man aber eigentlich nicht verspielen kann. Viel... ... Wie hier nur so wartet, oder? Ich hab irgendwie... ... ... die Kletchen und mir den Arsch gerettet. Holy fuck'n. Was macht der Typ? Oh... Gott! Was ist halt in der Lifetime? Ich bin aus. Ich bin aus. Oh. Oh... Ja. Ich bin aus. Gähne. Shit, ich bin gestorben. Unlucky. Nein. Dieser Opey-Champ. Muss nicht sein. Er macht stark Fat Damage, aber was anderes kann der auch nicht. Das ist ja nicht so. Aber es gibt den einen Geist. Ich kann mich nicht so. Ich kann mich so. Nice. Oh, ich habe eine Blockade. Das kommt. Blockade ist gekommen. Das ist ja nicht so. Guck euch das Symbol an, guck euch die D-T-Symbol an, Alter. Ah, ich habe schon die Glückwünsche. G-G-Garren. G-Garren. Ja. Ich mag es so ein paar zu spieren. Ich glaube ich werde den Rank gezogen und mich mit Bart hochranken als Support Main. Könnte sogar funktionieren. So irgendwie 60% Aber es gibt viele Subs die da scheiße sind. Das könnte funktionieren. Mehr Glocken für die Menschheit. Ich brauche mehr Glocken. Das ist die ganze Zeit. Nein, ich will keine wenigen Schüsse abkriegen, ich will mich fast zeigen. Wir gucken, wir sind nämlich nicht in dem Lucian. Hey Lucian. Tschüss Lucian. Ich bin langsam. Oh Gott. Wie spät ist das überhaupt? Na ja, noch eine Stunde. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich komme, muss ich nicht stehen. Ich komme. Vor meine Glocken. Oh nein. Das ist so scheiße. Oh nein. Wie? Na egal. Ehm. Was würde ich brauchen gegen den? Oh nein. Oh nein. Was muss ich brauchen gegen den? ich bin es ist so schön könnte sich vorstellen Wenn man so hier ans Bad sieht, Flooded Team, okay. Das heißt, ich wollte Full, Adi, Richtung, also, äh, Richtung, Adi, Richtung, keine Ahnung. Sagt, was ihr wollt dazu. Also war ja cool. Hey, Guys. Oh, das ist ruckler. Ich hasse es mit dem iPhone zu spielen. Ich brauch die Glocke. Da 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 Oh mein Gott. Der Jesus ist voller Marsch. Und wie so Rhythm jetzt der Garen hat. Diese Ruhrglotze ist schon durch, ne? Da muss ich hin. Ich weiß, dass ein Spiel Dir 잡아 zu lassen hat. Is das nicht so wichtig, ist es nicht so wichtig. Was ist das, ihr Essen? Bäh! Okay, ich muss noch mal rein. Mh, geht doch, Jules. Ich bin aber so schnell. Der Baby ist gestorben. Ich muss uns Glocken sammeln. Das wird aber verpackt. Ich habe 18 Supports, 06, 08. Das könnte ja nicht sein. Ich glaube schon. Ich werde eine Runde versuchen mit Bar Support. Ey, ich hoffe, dass es mir nicht total in die Hosen geht. Nein! So eine Scheiße. Ich muss jetzt nochmal durch. Yay! Scheiße. Scheiße. Ich habe die Nummer 2. Ich habe die Nummer 3. Ich habe die Nummer 3. Ich habe die Nummer drei. Ich habe die Nummer 3. Ich habe die Nummer 4. SHConnor einmal wäre ich los. Was ist das? Das ist der Fokus. Das ist so schlecht. Ich gehe einfach Gold in dem ich nichts tue. Oh man, die Musik ist aus. So, ne, kauke. Äh, ich sagte mal, glaub ich, ich glaub ich hab das Ding ins Kaufen. Ja, ich kauf dann mal. Was so? Also. Also. Ich muss übersagen, Bart gefällt mir nicht sehr. Ja. Loll. Ja. 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 Oh. Mhm. Okay, das war's für heute, dann tschüss, bis zum nächsten Mal, ich werde Barmin eindeutig.